Fragil Wenn ich jetzt sage, ich liebe dich, übergebe ich nur vorsichtig das Geschenk zu einem Fest, das wir beide noch nie gefeiert haben. Und wenn du gleich wieder allein deinen Geburtstag vor Augen hast und dieses Päckchen ungeduldig an dich reißt, dann nimmst du schon die scheppernden Scherben darin gar nicht mehr wahr. Fragil Fragil oder auch Englisch fragile heißt zerbrechlich. Eine kleine Verwirrung. Überlegt da jemand, ob er das Folgende tatsächlich sagen soll, oder handelt es sich um eine Erzählung im absoluten Präsenz, in der grammatisch ein Wenn richtiger klingt als ein Als, das wegen seiner Vorzeitigkeit eine Vergangenheitsform fordert. Wenn ich jetzt sage, ich liebe dich, übergebe ich nur vorsichtig das Geschenk? Der Satz, ich liebe dich, ist also gewissermaßen das zerbrechliche Objekt. Es wird vorsichtig übergeben und ist ein Geschenk an den anderen, an den geliebten Menschen. Ein Geschenk zu einem Fest, das wir beide noch nie gefeiert haben. Eine uneindeutige Aussage hat auch jeder für sich ein solches Fest noch nie gefeiert oder beide gemeinsam noch nicht. Immerhin können wir dieses Fest als Ausdruck für den großen Moment ansehen, in dem man Liebe, die man füreinander empfindet, bekennt und sie auslebt. Das Bild von dem Liebeserlebnis als Fest wird weitergesponnen, in dem es konkret zum Geburtstag des Gegenübers wird. Hier stutzt man und kommt ins Grübeln. Im Textzusammenhang logisch ist nur die Bedeutung »Und wenn du wieder einmal nur deinen Geburtstag vor Augen hast.« Auf den ersten Blick leuchtet die Deutung ein, dass das Gegenüber sehr egoistisch sein eigenes Fest daraus macht und auf den Schenkenden nicht mehr angemessen eingeht. Wie passt das aber mit dem »gleich wieder« zusammen, das auf eine altbekannte Erfahrung verweist, auf ein rüpelhaftes Benehmen, wie es der Sprecher bereits vom Angesprochenen kennt? »Es war doch die Rede von einem Fest, das sie beide noch nie gefeiert haben.« »Und dieses Päckchen ungeduldig an dich reißt?« »Ein rücksichtsloser Egoist.« »Dann nimmst du schon die scheppernden Scherben darin gar nicht mehr wahr.« »Ehe der Beschenkte etwas vom Geschenk hat, hat er in seinem rücksichtslosen Egoismus das Geschenk schon zerstört, aber was heißt das jetzt vom Gedicht »ins wirkliche Leben« übertragen?« Handelt es sich um eine schon bestehende Beziehung, in der der eine unter dem Egoismus des anderen zu leiden hat? Inwiefern kann dann der Satz »Ich liebe dich« zu einem Fest gehören, das die beiden noch nie gefeiert haben? Oder ist es der Moment, in dem erst die Beziehung entstehen sollte, in dem der eine dem anderen die Liebe erst bekennt? Woher weiß dann der Sprecher, dass das Gegenüber mal wieder rücksichtslos damit umgehen wird? Oder ist es doch nur eine Vorausahnung? Aber demjenigen, dem man »Ich liebe dich« sagt, traut man ein solches Verhalten doch niemals zu, wie sollte man sonst in ihn verliebt sein? Und wenn es doch eine Erfahrung ist, was genau kann denn passiert sein? Man sagt »Ich liebe dich« und der andere nimmt das zum Anlaß, einen rücksichtslos zu vernaschen? Augen auf bei der Partnerwahl, kann man da nur sagen. Vielleicht ist das Gedicht aber auch nur misslungen. Ein paar hübsche Alliterationen und Assonanzen mag es haben, aber derart verunglückte Bildkomposition, in der ein scheinbar guter Einfall logisch aus dem Ruder läuft, kennen wir doch sonst nur aus den Verschenktexten von Christiane Allert wie Branitz. von Christiane Allert, aber werden wir das mit der Vorauswärte haben die Vorauswärte durch den Verschenktexten und die Vorauswärterin auf der Kürbüterin und erinnern Sie, auf dem Wahner Uwärterin bei der Kürbüterin bei der Kürbüterin Kürbüterin Untertitelung des ZDF, 2020